Die Hauptdarstellerin von Harry Potter, die Hermine spielt, also Emma Watson, war heute in Venedig. Und genau da war ich auch. Und ich glaube es vor Gott, dass ich sie gesehen habe. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Allerdings sind das Sini und ich ganz normal durch Venedig gelaufen, als ich auf einmal gedacht habe, ich habe sie gesehen. Es war halt leider nur von hinten, deswegen war ich mir nicht zu 100% sicher. Als ich allerdings dann gegoogelt habe, habe ich gesehen, dass sie wirklich in Venedig ist. Sogar mit ihrem neuen Boyfriend. Und als ich sie gesehen habe, war tatsächlich nebendran ein Mann. Deswegen kann es einfach verdammt gut sein, dass sie es war. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht hingegangen bin und sie angesprochen habe. Denn ihr müsst wissen, ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan. Ich habe alle Bücher gelesen und alle Filme geguckt. Sogar mehrmals. Ein bisschen schade ist es natürlich schon. Allerdings habe ich jetzt ganz viele Bilder von Venedig und Emma Watson, der Bericht in meiner Story. Also seid schnell.